Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Tschö! Hmm, ich bin noch ein bisschen überfragt, wie wir hier weiter machen. Oh, hoffentlich geht es irgendwie nicht gut reingepixt. Oh, da ist es hingefallen, okay. Ach so, das was ich hier so weit war nicht offen, damit ich hier schön runter gehen kann. Okay. 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 Ben. Cone hullan. Okay. Okay. Bremps. Hier auch oder mache ich hier zu? Auf jeden Fall kommt hier erstmal. Hier geht es weiter. genau so gefällt mir das jedes mal schaut die weg die lampe deshalb muss man die drehen da bist du ja galoppiert hier an das zu machen soll er nicht weiß ich nicht so richtig äh wer hat erst mal oben könnte hier auch noch totkopflampe irgendwo hinhängen wenn es nicht ganz so dunkel ist das bett hier ist das bett hier ist kein bett ist egal ich will schlafi schlafi machen und ein sammeln stoff wir brauchen B helfe genau hat es mir gebracht da ist nix voll zu sicher aber da ist nix sooo eigentlich brauche ich immer nur ein ich brauche gar keine zwei dann kann ich den schon raus nehmen dann haben wir hier was haben wir schon ein Mist gut so gut so wenn der da ist, kann man den schon entfernen gehen das könnte man ja hier und dann wieder wieder raus nehmen ich weiß nicht, nochmal hier zu nehmen hier raus dann gell so 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 hier So, da la. So, da la. Haben wir die noch. Okay. Hier so ein kleines. Nicht so schlimm. Damit können wir nachher wieder eine Säule bauen. Geh halt durch. So. Hier kann ich draußen. Hier müssen wir dann noch zulassen. Warten wir den. Okay. 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 Hier ist der Kevin wieder. Kannst du jetzt Stämme oder was machst du? Hier. 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 Ja dann los! Muss ich wieder erst umsägen alles was er wieder arbeitet. Oder? Aber da liegen ja noch so viele Stände. Das war's. Die Stände sind jetzt nicht so viele. Die Stände sind nicht so viele, die sich nicht so viele. Die Stände sind nicht so viele. Die Stände sind nicht so viele. Er soll mal schön Stämme weiterholen, Freude machen hier, Tronkytonk man. Ja, das ist gut. Ja, der ist nicht nachrichtig ärgert. Ja, da ist es schon nützlich so, wenn er da so Stämme holt und rumläuft damit. So knapp geht es da ran. Wie gespannt wie ich das machen werde, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, wie ich diese Hürde irgendwie in dem Spiel übergehen kann. Da bin ich erstmal grob raus und weiß es gleich gar nicht. So knapp geht es da ran. 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 Das war's für heute. unser platteau ich muss da drin alles noch pflastern, hier geht der kiese, da brauchen wir noch eine kleine kapelle, so eine mini kapelle bauen so dass irgendwie nach was ausschaut, aber wie ich das macht dieser Hugel da, dieser Dreckshugel da, also so hoch und dann wie so Pipelines verschwindens in der Erde ach das ist echt ärgerlich, naja irgendwie werden wir schon gebocken kriegen weiß bloß noch nicht so genau wie hier ach Gott nur wegen dem Hugel ganze symmetrische Bauvorhaben ist dahin ex-hugel nein kann ich dann noch runter gehen dann gehts ok ok hör mal zu oh ne ah was war das oh Böbe ist. Böbe ist. Da hinten. Irgendwo hier. Warum kann man die nicht essen? Wo ist das? Böbe Babys. Wo sind sie? Einig futtern. Einig futtern. Ah, jetzt. So, weg mit dem. So, da la 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 la. Böbe. 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 ein bauvorhaben wieder eigentlich das muss ich mal was ausprobieren jetzt den da einlegt so einen halben Hahn holen oder so einen kann ich jetzt innen vielleicht eigentlich so kann ich gar nicht drauflegen ach das geht ja wieso kann ich es dann hier nicht drauflegen so ein Schaas so ein Schaas herst und die halbe ne geht auch nicht so auch immer na gut dann gehts halt nicht dann gehts halt nicht da müssen wir jetzt so weitermachen so da 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 ja jetzt werden übelste bauvorhaben hier so geht das so geht das viele Stämmel jetzt wird es dann dramatisch hier weiter machen äh wie lernst du jetzt schon wieso wo ist denn der hier warum legt der denn jetzt zu planen Sehr gut. Jajajaja, ein Holzverschleiß vom Allerfähnsten. Kevin, du musst schneller arbeiten. Zwei Stämme nehmen, nicht nur einen für euter Nosenbär. Da muss ich auch noch zusehen, aber ich habe es vergessen. Ach Kevin. Jetzt ist es leider was, da muss ich wieder was umholzen für dich. Hier sind aber nicht viele Wolken. Da liegen nur noch welche. Ich habe blinde. Ich bin wahrscheinlich so weit weg da, oder? Ich habe blinde. 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 Oh. Soh, 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 soh. Jetzt kommen wir dann weiter an den Albtraum, wo ich mir schock raus das zu machen. Ich Angst hab, dass es nicht funktioniert. Ich warst sicher, wenn das nicht funktioniert. So, bis dahin alles gut. Soh, 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 soh. Soh, soh. 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 Das ist gut, das ist gut. 3 Schuss, ähm, hier gibt's hier keine Säule wieder nicht rein, nein, geht ja nicht. Das fehlt hier, dass man das reinkriegt. LNG sammeln, Mensch. Warum geht das jetzt wieder nicht? Ach, echt, so witz ist das hier wieder. Was ich hier weg mache? Ey, hier geht aber auch gar nichts, also das ist wirklich ein Witz. Warum geht das jetzt wieder nicht? Muss hier was rein oder was? Das ist doch lächerlich schon wieder, dass das wieder nicht geht. Ich verstehe es nicht, warum es jetzt nicht geht. Es nervt einfach nur noch, hey, wirklich. Es nervt einfach nur noch, hey, wirklich. Ich bin in der Wechselfolge. Ich bin in der Wechselfolge.